Herzlich willkommen zu Better English Crates. In der heutigen Folge widmen wir uns dem bestimmten Artikel. Was ist ein bestimmter Artikel im Englischen? Der bestimmte Artikel ist genauso wie auch im Deutschen die Übersetzung von der, die und das, also the. Allerdings gibt es im Englischen keinen Unterschied im Wort zwischen männlich, weiblich oder sachlich. Des Weiteren gibt es weder ein Singular noch eine Pluralform. Wann wird der bestimmte Artikel benutzt? Allgemein wird der bestimmte Artikel im Englischen dazu benutzt, um sich auf etwas Bestimmtes zu beziehen. Also wann wird er nicht verwendet? Bei abstrakten Begriffen, bei Stoffbezeichnungen, bei Eigennamenortsbezeichnungen im Singular, bei Tageszeiten, Wochentagen, Monaten, Jahres- und Mahlzeiten, bei Institutionen, bei bei plus Verkehrsmittel, bei folgenden Begriffen, die werde ich dann am Ende erläutern. Dann, wann wird er verwendet? Bestimmte Personen bzw. Orte, einzigartige Personen und Orte, bei Eigennamen im Plural, vor dem Superlativ und Ordnungszahlen, Personengruppen, Adjektiv mit Bezug zu einer Personengruppe und Redewendungen, mit only. So, kommen wir nun zur genaueren Erläuterung und Beispielen zur Nichtverwendung. Bei abstrakten Begriffen wie Life, Time und Work, bei Stoffbezeichnungen wie Coal, Water, Oil, bei Eigennamenortsbezeichnungen im Singular, Children, Parents, Animals, wenn sie im allgemeinen Sinne verwendet werden. Bei Tageszeiten, Wochentagen, Monaten, Jahreszeiten und Mahlzeiten, December und so weiter. Ausnahmen in the afternoon, during the afternoon, throughout the afternoon. Da es weiteren wird, doch der bestimmte Artikel benötigt, wenn der jeweilige Begriff genauer bestimmt wird. Bei Institutionen, School, College, Hospital, bei Bei plus Verkehrsmittel, bei Car, bei Train, bei Plane, bei folgenden Begriffen, at first sight, auf den ersten Blick, in practice, in der Praxis, out of mind, aus dem Sinne sein, to be in power, an der Macht sein, keep in mind, im Hinterkopf behalten, shake hands, Hände schütteln. So Beispiele, wann er verwendet wird, bestimmte Personen, the forest oder Orte, the first floor, einzigartige Personen bzw. Orte, the woman who, the boy with the, the small house, bei Eigennamen im Pural, the Hiltons, aber auch Zeitungen, the Guardians, the New York Times, vor dem Superlativ und Ordnungszeilen, the biggest house, the last chapter, Personengruppen, the Germans, the Americans, Adjektive mit Bezug zu einer Personengruppe, the elderly, the youngery, also die Älteren, die Jüngeren, Redewendungen mit only, the only week, the only woman, the only coffee, die einzige Woche, die einzige Frau, der einzige Kaffee. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie du vielleicht schon weißt, ist es meine Vision, anderen Schülern die Möglichkeit zu bieten, gratis, englisch, einfach, schnell und ohne Bemühungen beizubringen. Nun bitte ich speziell dich, mir dabei zu helfen, indem du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ansonsten lies dir meinen Artikel durch, um noch einmal alle Informationen auf einen Blick zu haben. Link in der Beschreibung. Des Weiteren würde ich mich noch sehr über einen Kommentar freuen, damit ich weiß, ob es dir gefallen hat und überhaupt sehr weiterhilft. See you, bye bye.